Willkommen zu Frequent Traveller TV. Am frühen Samstagmorgen die Sendung für Freitag. Ich hatte sie vorbereitet, aber dadurch, dass wir einen Teil in den Stammtisch hatten, einige Leute später angekommen sind als erwartet. Leider, weil die Lufthansa ja gestreikt hatte und Streikauswirkungen noch waren, habe ich die frisch gepresste Folge für euch heute Morgen gepresst. Und pünktlich gleich zum Frühstück gibt es auch für mich Orangensaft. Aber Streik ist immer noch ein Thema bei Lufthansa. Lufthansa erwartet die 777-9 oder X, wie wir auch nennen, sie immer noch pünktlich bis 2025. Lufthansa sagt, die sechs Stück, die man an Airbus verkauft hat, fliegen nicht mehr. Und es gibt leider Beweise dafür, dass dem so ist. Die nächste Sache, die wir haben, ist neue Business Class A380. Es gibt einen Termin. Lufthansa droht. Bin ich gespannt. Dann haben wir noch als Thema United. Die haben ein Rad ab und zwar ein Flug, der nach Tokio gehen sollte, verliert ein Rad auf dem Startlauf, hätte ich fast gesagt. Also auf dem Parkplatz ist das gefallen. Gar nicht lustig. Das war auch eine 777-200ER. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, gibt es immer noch Probleme bei der Lufthansa. Dann haben wir noch ein Thema. Ich hatte gestern ein Kundengespräch und das war jetzt das, ich glaube, vierte oder fünfte Mal, wo ein Kundender sagt, du, ich fliege gerne nach China und so weiter, aber nicht über Russland. Und da können wir mal drüber sprechen, was da das Problem ist, besprechen wir dann logischerweise. Dann die 787. Perfektes Flugzeug für Südamerika, sagt Lufthansa. Und noch ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon hatte, aber ich habe die Geschichte schon mal gehört, aber ich finde sie so geil, ich muss sie immer wieder erzählen. In China werfen die Leute Münzen ins Triebwerk und das ist irgendwie ein Glücksbringer, aber nicht wirklich. Sprechen wir auch gleich an und ihr seid jetzt einfach dran, nachdem ihr hier Tallinn im Hintergrund seht, Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, hier, oh, warte, 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 wo, 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 da, 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 da ist die Nummer. Da könnt ihr mir schreiben und lasst ein Like da, stellt eine Frage, schreibt was Schönes. Und, also, danke, dass ihr das tut und dann lasst uns direkt mal starten, wenn ihr auch eine Mitgliedschaft, eine Kanalmitgliedschaft macht, unterstützt den Kanal und, ja, ich kann mir einen Orangensaft leisten. Gut, das haben wir alles abgearbeitet und wir starten jetzt mit dem United-Thema. Und das United-Thema ist eigentlich gar nicht lustig, wenn man ehrlich ist, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass die United hier, ja, Glück gehabt hat, dass da nicht wirklich was Schlimmeres passiert ist. Ihr seht, ich kämpfe gerade mit der Tastatur vor meinem iPad, um die Zeit einzutragen. War irgendwie bockig, das iPad. Aber jetzt können wir auch direkt mit dem Thema starten. Und zwar, die Maschine ist gestartet in Los Angeles auf dem Flug nach, Entschuldigung, es war San Francisco. Los Angeles will ich hin, deshalb mir, war nach Wunsch, war das Gedanken. Auf jeden Fall, 250 Menschen sind an Bord. Man startet und das Flugzeug verliert. Ein Rad beim Start, das auf einem Parkplatz landet. Die Maschine mit Erkennung November 226 Uniform Alpha, steht auch, glaube ich, wie United, ist auf dem Flug dann quasi mit dem Reifen Missing wieder zurückgekehrt. Natürlich kann man damit zäubernden Atlantik fliegen, ist kein Sicherheitsrisiko, aber trotzdem, man hat wohl in San Francisco bessere Facilities als in Tokio. Und da muss man dann sagen, gut, dass keiner am Boden war. Aber natürlich muss man auch sagen, die Reifen machen halt Probleme, weil sie extremsten Belastungen ausgesetzt sind. Vor allem, wenn man sieht, wenn bei der Landung, wie viel Gummi da gelassen wird, weil die Beschleunigung von 0 auf 200 irgendwas kmh relativ schnell geht. Und das abgerissene Rad hat also mehrere Autos dort beschädigt. Es gibt auch irgendwo Bilder. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die finde. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist von Twitter. Mein Interweb hier ist anscheinend nicht so schnell. Das sieht halt so aus wie ein Polizeiauto, was daneben, hier ist es, was neben dem Reifen geparkt ist. Und das ist schon, ja, krasse Nummer, finde ich. Also da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, gut, dass da nichts passiert ist. Ihr seht auch, wie groß die Reifen sind. Also insofern eine gute Sache. Kleiner Hinweis noch, fällt mir gerade ein. Der Kollege sagte, mein Ton wäre leise. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe ein bisschen am Gain gearbeitet, habe es ein bisschen sensibler eingestellt. Sollte jetzt lauter sein. Aber wenn es noch nicht passt, sagt Bescheid. Ich bin gerne dabei, das zu optimieren. Also, das am Rande. Wir haben jetzt natürlich die Lufthansa als Thema, weil wir ja davon in Tallinn ja auch betroffen sind und waren. Und zwar, viele von euch hatten Flüge gebucht. Es war ja geplant, mit der Lufthansa am Mittag von Frankfurt aus nach Tallinn zu fliegen. Der Flug, die LH 880, glaube ich war es, ist ausgefallen. Einige haben umgebucht. Einige haben gebucht, glaube ich, mit der Lott über Warschau, dann über Zürich zurück und solche Sachen. Also da sind einige Tricks nötig gewesen. Aber das Flugpensum, was die Lufthansa mal bringen will, hat immer noch halt Auswirkungen, weil natürlich die Flugzeuge nicht da stehen, wo sie stehen müssen. Das heißt, man braucht wieder Zeit, um alles ordentlich zu machen. Dann hat man natürlich ein bisschen erhöhtes Passagieraufkommen, weil die Passagiere alle fest gesessen haben. Aber erneut sind gestern nur 10 bis 20 Prozent der Flugzeuge gestartet. Selbst am Freitag. Am heutigen Samstag gibt es noch Probleme, wenn Flugzeuge zum Beispiel nach Frankfurt fliegen wollen, dass sie das Problem haben, dass sie gar keinen Platz haben. Sie bekommen einen Slot, weil in Frankfurt nicht Platz ist für die Flugzeuge. Und natürlich ist es so, dass man in Frankfurt und in Hamburg gestern schon zusteigen konnte. Auch Berlin ist zum Beispiel, das wissen Sie, die Osteren sind ja alle problemlos geflogen. Aber es ist natürlich so, dass an den Drehkreuzen da Passagiere halt stecken geblieben sind und somit viel aufgelaufen ist. Wie viel waren es? 1.000 Flüge, die ausgefallen sind gestern am Freitag. Aber man möchte natürlich auch mit Samstag noch mit Verspätungen rechnen. Rechnen leider, weil, ja, es ist halt, ich hatte, wie war denn das nochmal? Also auf jeden Fall, wenn ein Streik ist, abgesehen, dass er viel Geld kostet, es dauert immer Tage, bis man wieder alles so in Reihe geschaltet hat, dass das wieder funktioniert mit dem Verkehr, Crews dahin, wo sie sein müssen, Flugzeuge dahin, wo sie sein müssen, also alles wieder wie ein Uhrwerk funktioniert und auch dann funktioniert es, wie wir ja leider wissen, auch nicht immer perfekt. Wir haben dann ein Thema, was gestern bei einem Call kam, zum wiederholten Male. Das fand ich übrigens spannend und zwar, wir machen ja mit Frequent Traveller Circle, dass wir für Kunden Reisen buchen und die dann auch Meilen optimieren beziehungsweise auch so optimieren, dass man preislich augenfreundlich da unterwegs ist im Rahmen der Concierge-Mitgliedschaft. Und gestern sagte der Kunde wieder, nee, Russland fliege ich nicht drüber. Ich habe gesagt, du, aber billiges Ticket. Nein, fliege ich nicht, bezahle ich lieber 1.500 Euro mehr und habe kein billiges Ticket. Und da ist es so, dass man natürlich der Ehrlichkeit teilweise sagen muss, wenn man mit Lufthansa fliegt, fliegt man eh nicht über Russland und mit gewissen Fluggesellschaften, finde er auch nicht. Aber die Leute wollen auch nicht über Russland fliegen. Und der Grund dafür ist einfach zweifach. Wir haben Kunden, die arbeiten im Rüstungsbereich. Wir haben Kunden, die arbeiten für einen großen Flugzeughersteller, der mit Bus endet. Und da ist es Firmenpolitik, dass die sagen, da darfst du nicht drüber fliegen aus Sicherheitsgründen, weil was passiert, wenn das Flugzeug da notlanden muss oder sicherheitslanden muss, dann sind die da fest. Und Lufthansa profitiert davon, die haben jetzt das Niveau von knapp bis zu 80%, was sie aufbauen wollen im laufenden Jahr, dass man jetzt gerade so ungefähr bei 65% ist. Und das ist dann natürlich relativ cool, dass man da dann, ja, ich sage jetzt mal, Glück hat, dass die Kunden das Spiel mitspielen und dann nicht auf Fluggesellschaften umsteigen. Aber der Grund ist halt relativ klar. Ich bin selbst da so ein bisschen gespalten, ob ich über Russland fliegen würde. Ich bin in meinem Leben zweimal in Russland Sicherheits gelandet. Das war zweimal bei Passagiere, als wir von Dubai auf dem Weg nach Los Angeles waren, ausgeladen werden mussten aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Aber das war ein Non-Event. Aber nichtsdestotrotz, was passiert, wenn man dann aussteigen muss? Hotel, da wird geguckt, wer an Bord ist. Also das ist schon ein Sicherheitsrisiko. Und aus meiner Bundeswehrzeit weiß ich ja auch, dass man zum Beispiel gar gewisse Länder nicht bereisen durfte. Wer von euch im Moment fürs Vaterland und fürs Volk dient, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das immer noch machen müsst, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr Reisen in den, damals, so haben wir es genannt, in den Ostblock macht, dass man das meldepflichtig hat, beziehungsweise genehmigungspflichtig ist, ob das heute auch noch so ist. Da bin ich mal gespannt auf eure Aussagen. Die Aussagen, die man in China hört, die sind auch durchaus kurios. Und die Chinesen, das ist auch ein lustiges Völkchen. Und zwar ist das so in China, die sind ja so ein bisschen abergläubig. Und Abergläube, gut, ich habe auch ein Aberglauben, aber das ist so, dass ich dann glaube, dass die Zahl 8 hübsch ist. Ich glaube dran, dass gerade Zahlen eh hübscher sind als ungerade. Aber das ist halt, glaube ich, noch harmlos. Es irritiert mich jetzt nicht wirklich, wenn ich im Zimmer übernachte, wo eine Ungeration, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie so einen Inamonk kriege. Aber die Chinesen haben da so einen Inamonk teilweise. Und die haben dann die Veranstaltung so, dass sie, ja, Münzen ins Triebwerk werfen. Das ist eine von denen Marotten. Und das ist so, dass das in China so ist, dass ein Reisender in der südchinesischen Urlaubsinsel Hainan Münzen ins Triebwerk geworfen hat, weil es halt Glück bringt, dass er auch ankommt und sicher ankommt. Aber sie wissen halt nicht, dass das FOD ist, Foreign Object of Damage. Und dass das quasi, wie der Name Damage schon sagt, halt da Probleme besorgen kann. Und dass das dann, ja, eher zu abstützen führt, als eher nicht. Also deshalb gibt es in China sogar in den Videos an Bord einen Hinweis, dass man das nicht tun sollte. Weil was hier jetzt bei dem Flug passiert ist, ist, dass die Leute dann manuell das Triebwerk durchsuchen müssen. Da muss man gucken, dass keine Münzen da liegen. Das ist komplett Banane. Gut, ich meine, man kann jetzt sagen, gut, das ist ja auch ein Flugzeug, was mit, das war ja eine 737, was eine Max, ich weiß gar nicht mehr, welches Flugzeug war. Ich glaube, eine Qantas 380, glaube ich, war es. Egal, ihr werdet es noch wissen. Auf jeden Fall, wo das Werkzeug in dem Triebwerk drin war, ihr könnt jetzt kommentieren, welches Flugzeug das war. Aber Qantas war es, in Los Angeles hat man es gefunden. Und gut, das war wieder Los Angeles, deshalb weiß ich es. Auf jeden Fall ist es so, dass die damit natürlich einen riesen Schaden verursachen, weil Passagiere aufgehalten werden. Oder wenn so ein Triebwerk wirklich mal kaputt geht, dann sind Millionen am Arsch, wie das so schön dann heißt. Also, wer von euch glaubt, dass das Glück bringt, bitte nicht machen. Es bringt kein Glück, im Gegenteil, es bringt Unglück. Aber wenn ihr noch so lustige Geschichten habt, was es für Aberglauben gibt, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, dann geht es weiter mit der Lufthansa 787. Die hat nämlich bei der Lufthansa viel Gefallen gefunden. Die sagen ganz einfach, perfektes Flugzeug für Südamerika. Und das kannst du ja nicht ausdenken. Warum ist es das ideale Flugzeug? Und zwar ist es so, dass 2024 Südamerika natürlich kein Hauptflugplatz und Spielplatz für die Lufthansa war, weil da auch nicht viele Passagierströme waren. War natürlich für uns auch relativ easy, da Tickets günstig zu kriegen. Aber es ist so, dass die Routen, die man bucht, das wenige, was man fliegt, gut gebucht sind. Und man sagt jetzt, dass man die 787 als ideales Flugzeug hält, weil, und jetzt kommt das Zitat von Carsten Spohr, deshalb gucke ich schon ganz aufgeregt, sobald wir genug 787 haben, werden wir ein stärkerer Player in dem hochinteressanten Markt sein. Und deshalb ist es so, dass man dieses Jahr noch 10 von 787-9ern erwartet bei der Lufthansa und damit dann halt fliegt. Und zwar ist es so, dass die 787 effizienter sind als die 747, die teilweise eingesetzt werden, aber auch von der Größe her optimaler sind für die Lufthansa, für die Strecke. Und man kann dann natürlich auch andere Städte anfliegen, wenn man halt mit geringeren Kosten dort dann operieren kann. Und es ist halt einfach so, dass man da natürlich auch logischerweise sagen kann, man könnte ein 350er einsetzen. Geht natürlich rein theoretisch auch. Aber am Ende des Tages ist die 787 anscheinend die richtige Größe für die Lufthansa Operation in deren Auge. Also deshalb das ideale Flugzeug. Und ihr könnt ja jetzt auch schreiben, ob ihr die 787 als hässliches Flugzeug empfindet oder als schönes Flugzeug empfindet oder aber auch als Flugzeug empfindet, was halt aus der Lufthansa-Flotte weg sollte. Aber ich glaube eher, dass wir uns da einig sind mit der 737, dass wir die nicht haben wollen. Irgendwie hat man da so ein mulmiges Gefühl. Wobei bei der 787 habe ich ein flauschiges Gefühl. Also insofern, hier seid ihr wieder dran mit kommentieren. Weiter geht es natürlich auch mit der 787, die bei der Lufthansa etwas Platz schaffen soll in der Form, dass man wieder fliegen kann und dann auch die 380er auf die lange Bank wieder wegschieben kann und dann die auch als Ersatzteilspender für Emirates dienen oder für wen auch immer. Und wer setzt die überhaupt da noch ein? Sollten wir uns noch fragen. Aber auf jeden Fall rechnet man in 2025 immer noch mit der 787. Lufthansa Carsten Spohr sagt, man hat ein Telefonat mit, er hat bei Boeing angerufen, man hat gesagt, du, wie sieht es aus? Und da ist es so, dass man bei Lufthansa versichert bekommen hat, dass die 2025 kommt. Emirates selber ist da nicht ganz von erbaut und sagt, das ist nicht so. Und er rechnet mit Auslieferungen wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, aber vielleicht auch erst 2026, wenn alles so kommt. Und ich sage jetzt mal so, auf der ITB sagte Clark auch am Mittwoch, dass er halt ein langes Gespräch hatte mit Stan Diehl und dass dieser dann halt, ja. Aber nun gut, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Carsten S. aus M. Name der Reaktion bekannt, hat nicht geändert, einen anderen Einblick hat als Sir Timothy Clark bei Boeing, wobei ich halt, Tim, für einen mehr einen Aviation-Geek, so wie wir es sind. Also insofern hat er da auch ein Gefühl. Aber die 20 Boeing, 777-9er, die Lufthansa erwartet, sind halt von uns schnell und hart erhofft, dass sie bald kommen, damit man auch die Allegris endlich mal hat. Eine Frage war ja auch, ob man die 350er Allegris in Deutschland, auf den innerdeutschen Flügen hat im Moment Flugzeuge geplant, die die nicht haben, weil die aller anderen sind ja geparkt in Teruel oder wo das auch war. Also insofern erstmal nur so als Hinweis. Wo wir schon bei der Allegris sind, können wir uns auch mal dem Thema annehmen, was was vielleicht bei euch für Gelächter sorgen wird. Ich kann mir mein Grinsen nicht verkneifen. Lufthansa verspricht uns wieder eine neue Business Class im Airbus A380. Da gibt es jetzt auch einen Termin, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es natürlich auch nicht Allegris sein wird in der Form der Allegris. Das wird ein Sitz von der Stange sein, indem man etwas Lufthansa-fiziert. Und Lufthansa sagt, im zweiten Halbjahr 2025 wird der erste Airbus A380 mit dem neuen Business Class unterwegs sein. Dann Gangzugang für alle. Das ist das, was Carsten Spohr uns verspricht. Heißt also, nächstes Jahr soll es soweit sein. Und die letzten acht Stück, die da unterwegs sind, hoffen wir drauf, dass diese ja auch hübsch und schön wohlbehalten bei Lufthansa weiterfliegen. Aber und das ist das, warum ich so ein bisschen besinnlich werde, wir jetzt uns verabschieden müssen gedanklich. Und ich muss da ehrlicherweise sagen, ich habe da auch eine Wette verloren. Die sechs Stück, die die Airbus haben, die werden für Lufthansa nicht fliegen, weil sie jetzt offizielle Ersatzteilspender sind. Ja, so ist es. Die Entscheidung ist nicht in der Pandemie gefallen, dass die 380er-Flotte komplett wegkommt. Das war ja dann sogar vor der Pandemie gesagt worden, weil man unhappy war. Air France hat das ja auch gemacht als Beispiel. Und jetzt ist es aber so weit, dass die Flugzeuge Ersatzteilspender wären. Und zugleich ist auch klar, dass man die Langstreckenjets wie die Boeing Trip 7 natürlich nicht hat bis jetzt. Deshalb hat man sie ja wieder geholt. Und ich denke mal, dass die Lufthansa da ja die zu Flugzeuge, die man jetzt verkauft hat für 315 Millionen, trotz Beulenschäden halt als Ersatzteile sieht. Und Lufthansa hat keine Pläne mehr als diese 8 Stück zu nehmen. Und damit gehen die Dinger dann halt in die Resterampe. Jetzt wollt ihr wissen, welche Flugzeuge sind aktiviert im Moment bei Lufthansa. Kann ich euch auch einen Überblick geben. Ich lese es von der Liste ab. Und zwar ist es so, dass die Delta Alpha India Mike Delta fliegt. Das ist die Tokio, dann die Mike Echo, das Johannesburg, Mike Foxtrot ist die Zürich, die Mike Golf ist die Wien, die Mike India ist die Berlin und die Mike Juliet ist die Brüssel. Also das sind die Flugzeuge, die nicht, das sind die, die weggegangen sind. Man wird schon ganz wirre. Dann ist es so, also das heißt, dass die Flugzeuge, die jetzt noch in Aktivierung sind, die Mike Charlie wird in Kürze folgen, die Mike Hotel ist in Manila, ich glaube, ich habe die in Frankfurt gesehen, bevor sie nach Manila gegangen ist und die Mike Bravo und die Mike Alpha stehen noch in Theorell und die sollen bis 2025 zurückkehren. Interessanterweise die Mike Alpha ist ja das erste Flugzeug, was ausgeliefert worden ist, vor mittlerweile wie viele Jahren? 15 Jahren? Also insofern schaut das einmal nach und wenn ihr das nachschaut, könnt ihr das als Frage des Tages noch zusätzlich beantworten und ich lese euch die Frage des Tages vor. Wie findet ihr die neue Business Class im A380? findet ihr das Schicksal der sechs ehemaligen A380 von Lufthansa schade. Also da sind eure Worte wichtig. Ich bin froh, was ihr dazu sagt und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde jetzt gleich zum Frühstück tippeln, werde mich mit den Leuten zum Frühstück treffen, die hier in Tallinn beim Stammtisch sind. Werden einen schönen Tag verbringen, auch wenn es ein bisschen diesig ist. Vielleicht kriegen wir die Sonne noch rausgekitzelt und ich für meinen Teil mache Winke Winke, freue mich und abspannend, so heißt das Wort. Also bis dann, danke, ciao, Kanal abonnieren, Glocke, like und danke, dass ihr geschaut hat. Also bis dann, ciao, hier, abspannend.